Sie hören Projekt Lightspeed, der Weg zum Biontech-Impfstoff und zu einer Medizin von morgen. Von Joe Miller, Ur Shahin und Özlem Türeci. Aus dem Englischen von Henriette Zeltner-Shane, Heiner Kober, Elisabeth Liebel, Sylvia Biker, Rita Seuss, Barbara Steckhahn und Thomas Wollermann. Gelesen von Wolfgang Wagner. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Für meine Eltern. Danke, dass ihr euch geschützt habt. Vorwort Ich würde lügen, wenn ich behauptete, ich hätte Anfang 2020 gewusst, dass ein kleines Biotech-Unternehmen 40 Kilometer von meinem Wohnort Frankfurt entfernt im Begriff war, den weltweit ersten und besten Corona-Impfstoff herzustellen. Tatsächlich hatte ich von Biontech kaum je gehört, als ich von meinem Kollegen Clive Cookson, dem Wissenschaftsredakteur der Financial Times in London, eine E-Mail erhielt, in der er mich bat, mit den Leuten dort doch mal zu reden. Schon am nächsten Tag wurde ich Ur vorgestellt, der mir geduldig die mRNA und ihr Potenzial erklärte. Ich selbst hätte nie beurteilen können, ob diese Technologie ausgereift genug oder ob Biontech seinen Mitstreitern gegenüber im Vorteil war, aber etwas an der Gelassenheit, mit der Ur mir die Ideen darlegte, die hinter seiner und Eslems Ambitionen standen, nämlich bis Ende des Jahres einen Impfstoff gegen das noch sehr weit entfernte SARS-CoV-2 zu entwickeln, sagte mir, dass dies eine Geschichte war, die erzählt zu werden lohnte, ganz egal, wie sie ausging. Glücklicherweise beschlossen Ur und Mössler mir diese Geschichte in den nachfolgenden anderthalb Jahren sehr ausführlich zu erzählen. Wir entwickelten schnell ein gutes Verhältnis zueinander, das, wie Ur zu sagen pflegte, ganz auf Vertrauen basierte. Nachdem ich Ur im März 2020 in einem großen Zeitungsartikel porträtiert hatte, meldete ich mich alle paar Wochen bei ihm und dem Unternehmen, als das Projekt Lightspeed an Fahrt gewann. Meine Fragen wurden immer präzise beantwortet, ein ermutigendes Zeichen. Im Juli-August 2020 zeichnete sich dann ab, dass Biontech nicht nur zu den ersten gehören würde, die die Zulassung fuer einen Covid-19-Impfstoff erhielten, sondern dass dieses innovative deutsche Unternehmen auch einen unglaublich wirksamen Impfschutz anbieten koennte. Ur war auf jeden Fall zuversichtlich und ich hatte inzwischen gelernt, dass seine Prognosen ernst zu nehmen waren. In der internationalen Presse wurde immer noch nicht viel darüber berichtet, aber ich wusste, dass ich mehr schreiben musste und begann mich auf die Stunde der Wahrheit vorzubereiten, wenn die Wirksamkeit des Impfstoffs der Phase-3-Studien bekannt gegeben werden würde. Am 9. November 2020, während alle Welt den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen verfolgte, rief ich Clive Cookson an. Nur neun Monate, nachdem er mich auf die Spur von Biontech gesetzt hatte, sagte ich ihm, dass das zwölf Jahre alte Unternehmen auf spektakuläre Weise geliefert hatte. Augenblicke später stand die Nachricht von der Entwicklung eines bemerkenswert wirksamen Impfstoffs ganz oben auf der Website der Financial Times und auf der aller anderen Zeitungen weltweit. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich das hatte, wovon jeder Journalist träumt, einen Logenplatz bei einem epochalen Durchbruch. Dank der Geduld von Özlem und Ur in den Monaten zuvor hatte ich einen Vorsprung, als es darum ging, über BNT 162B2, den erfolgreichen Impfstoffkandidaten, zu berichten. Auf meinem Schreibtisch lag ein Notizheft, in dem ich das Lightspeed-Projekt in Echtzeit dokumentiert hatte. Einige dieser Notizen verarbeitete ich in zwei großen Beiträgen für meine Zeitung, aber es gab noch viel mehr zu erzählen. Während der kommenden sieben Monate verbrachte ich viele Stunden mit den beiden Ärzten, sprach mit ihnen und lernte sie besser kennen. Ich führte Gespräche mit rund 60 Personen bei Biontech und anderswo, mit Wissenschaftlern, Führungskräften, Politikern, Mitarbeitern von Regulierungsbehörden und des öffentlichen Gesundheitswesens, insgesamt mehr als 150 Stunden lang. Ich bin dankbar für ihre Zeit, ihre Offenheit und ihre Freundlichkeit, mit der sie einem Nichtfachmann begegneten. Sie erklärten mir jeden Sachverhalt immer und immer wieder, bis ich das Gefühl hatte, ihn gut genug verstanden zu haben, um ihn anderen zu vermitteln. Mir wurde klar, dass es tausend Wege gibt, diese Geschichte zu erzählen. Jeder von denen, die ich interviewt habe, hätte ein eigenes Buch verdient, und das ereignisreiche Leben von Ur und Özlem lässt sich nicht in ein einziges Buchpressen. Dies ist nur ein erster Entwurf für die Annalen.